schnibbel die Stab und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Hard of the Storm in Multiplayer heute mal mit einer besonderen Ausgabe mit uns im Multiplayer, mit mir in MFK, natürlich und wir die übrigen und die übrigen, genau YoshiStory, Maxima und Masterday, alle mal versammelt ja, einer der Mitgründer und wir dachten uns, weil ausnahmsweise mal alle gleichzeitig in unserem TeamSpeak waren, machen wir 4 on 4, das sind die Aufnahmen bis Mittwoch, also Montag, Dienstag, Mittwoch gibt's 4 on 4, ihr wisst wie 4 on 4 aussieht, Russian, 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 Taktik und so, ne, ja ja, Taktik Bolzerino wird das, und da dachten wir Taktik, Russian, 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 in 4 und 4 braucht ihr keine Taktik, ich hab das doch schon gesagt achso, ja, sorry, ich hab grad nicht zugehört richtiger YoshiFaktor wieder YoshiFaktor, wie ist das andere, ne und, äh, ja, wir dachten, weil Maxi und ich haben Prüfung am Mittwoch und da kommt das eigentlich recht gelegen, dass wir zuviert spielen wir machen bis Mittwoch die Aufnahmen, dann haben wir Ruhe und dann ab Donnerstag wieder ganz normales man könnte auch hier unten wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir mal 4 on 4 spielen beim 3 on 3 fand ich das ja sehr lustig das war ja damals das Happy Valentin Match ach ja, das sind schon coole Sachen und jetzt kriegen wir natürlich keine 4 on 4 Gegner Wartezeit, 2 Minuten, steht oben nicht, bei mir nicht bei mir nicht stand D tails, verder 원goa Ahh, eiskalt unterboten die Zeit! Eiskalt unterboten! in, 20 Sekunden oder so, ne der Typ oben hat 1000 сам Zufallssiege Kenpachi hat 1000 Southallssiege Bild Ja, ist mir egal. Im Team, oder? Ja, Team. Im One-on-One wäre schlimmer. Ja, das stimmt. Im Team bedeutet nur Suchten, nicht gut sein. Ja, das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Ja, ja, das ist sehr egal. Zwei Terra, zwei Protoss. Was sind wohl die anderen? Hm, ganz schwierige Frage. Wenn ich jetzt zerrückt bin, ist es kompliziert. Naja, vielleicht sind wir beide auch noch Terra, dann spielen wir ein Spielmatch. Ja. Das würde mir ganz entgegenkommen, Malterra zu spielen. Vergeltung, L.E. ist die Map. Ich habe die Leute ganz vorgesen. Ich denke, die kennen sich alle nicht. Äh, vielleicht nicht. Wobei, Riki Go und Kenpachi könnten die vielleicht kennen, weil die beide so in Großbuchstaben, weißt du? Ja. Oder vielleicht kommt gleich, oh mein Gott, a queen! Und dann puff, rausgeliehen. Ja, hatten wir auch schon. Das ist cool. Das hatten wir schon mal. Ja, ein paar Mal sogar. Ja, da waren wir beide Level 90 und kein Symbol drumherum und dann nur NCJ und dann beide gelegt. Die waren ja beziehen oder so. Oh, ich bezerrk. Ich bezerrk. Kein Spielmatch. Ja. Doch, kann sein. Das hat so zwei Zufall. Vielleicht ist der eine... Das geht nicht, da muss doch so gut was sein. Ja, ja, habe ich verstanden. Kik, ich war. Ja, ja, mein Gürn hat ein bisschen länger gebracht. Ich baue hier unten dann mal zu. Deine Mama braucht länger. Mimimimi. Warum baust du zu? Ich, ich, ich mach, äh, Tenpool. Hier weiter unten ist noch was, Dominic. Ja, genau. Achso, noch weiter unten. Ja, genau. Wir spielen doch nicht gegen einen Zerg. Wie kannst du nur dazu behocken? Aber da musst du gucken, ähm, da kann es sein, dass... Wobei, die konnten auch Zerg haben. Ja, ich, ich weiß. Aber dann, wir spielen da nicht ein richtiges Spielmatch, weil wir einer mehr sind beim Frost. Wir spielen kein richtiges Spielmatch, weil wir einmal mehr sind. Wir spielen fünf gegen vier. Da war schon einer. Ja, eine Drone. Der ist schon ein Scouten. Ist der reingekommen oder ist er draußen? Der ist drin. Der ist hier. Die ist im Dunkeln. Oh, oh. Oh, oh. Los, los, los. Da, hier ist er, hier ist er. Ja, ja, der bleibt da stehen. Er will da bestimmt einen Pylon stellen oder einfach nur nerven. Das ist ein Pylon. Der kommt doch schon, den Pylon. Hat der schon einen gestellt? Ja. Ja, da steht doch einer. Wir brupseln den ja gerade dazu zweit. Ja, ja, in der Ecke. Jawohl, sauber. Und weg doch mit mit dem Scheiß. Jeder einen Worker, what the fuck. Jo. Hast du gehört? Das ist ja nicht Teamwork. Und Doms Drohne macht einfach nix. Doch? Achso, vielleicht macht doch verloren. Die hat ihren Einsatz verbrennt. Die hat ihren Einsatz verbrennt. Ne, ein, doch, ja. Doch, zwei Kasernen sind da an der Machen bei dem einen. Ja, die machen Rav. Was willst du dem Fiontier sonst machen? Ja. Ich sag ja, ey. Ich mach Bain-Dinger. Die haben nämlich keinen Seag. Drei Terra, ich mach Bain-Dinger. Wer will Kornosso machen? Äh, ich. Okay, wie immer, ne? Ja. Los, los, irgendwer vor uns mit der Machen. Was ist mit dir? Ich? Ich bin Terra. Ich hab gedacht, jetzt kommt, ich bin Terra. Ich kann überhaupt nix. Was ist denn der andere? Protos und drei Terra? Ja. Drei Terra? Ja. Ja. Ich hab gar nachgeguckt. Äh, Dominik, haben wir nicht voll die Arschkarte getrunken, weil die Terra sind. Wenn die intelligent sind, machen die Go's. Und dann sind wir am Arsch. Aber, machen wir eigentlich. Ey, Leute. Wir sind wie dumm, die haben unsere ganzen Wirker verprennt. Ja, ja. Ja, ich nicht. Die machen Pause, die haben Urlaub. Ja, meiner hat so hart gearbeitet. Genau, ich sag. Meine hat so hart gearbeitet die ganzen Tage. Meine Mama arbeitet hart. Was, heute deine Mama wird's aber tierisch ausgepackt, wa? Ja, besser halt gar nix, ne? Darauf weiß ich jetzt keine Antwort, tut mir leid. Warum weißt du überhaupt irgendwas? Ah, ich... Leute, Leute, ich bin heute wieder richtig aggro unterwegs, aggro kiech. Er ist aggro-see. Ey, das ist mein Wortspiel. Ja, ich weiß. Wo hast du das gesagt? Welche Aufnahmen war das? Ich weiß nicht mehr, ich glaub. Ich glaub, Cerk, wir haben Cerk gespielt und nicht Zerk, ne? Ich bin der einzige Terra. Ich bin der einzige Terra. Ja, Död, noch ein Fehler. Du bist Cerk. Das kannst du was anderes. Ja, der Michi hat, Leute. Ja, ich hab die ganze Zeit Chemie gemacht vorher. Und davon direkt eine Battlefield-Aufnahme. Ich bin auch nicht so frisch im Kopf. Das ist nie frisch im Kopf. Du weißt, du hast es heute, wa? Ja. Wir hätten so die ganze Zeit so... So, der hat so einen Zettel vor sich liegen, wo er sich die ganze Zeit Sachen aufstellt. So, komm, komm, gleich musst du wieder einen raushauen. Gleich musst du wieder einen raus. Nein. Jetzt werden wir schon gescannt. Bitte nicht. Ey, die haben meine Hellions gescannt. Ja, die haben meine zwei Versys gesehen. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien, unsere Streitkräfte. Nein, mein Overlord. Nein. Überleg dir das? Ja, die gehen schon direkt auf. Ja, doch, wieder Leuchtturz. Auch was gehen wird. Ja. Los, aliens. Viel Bio. Viel Bio. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich hab's aber nur aus Versehen gemacht, damit ihr wenigstens ein bisschen Schaden kriegt. Ja, ja. Was ist mit Scheidenkeks? Scheidenkeks? Boah, Scheiben. Scheiben bleibt, da genau. Feining, Morphing, wuuuuh. Auf jeden. Hey, Leute. Nein, hör auf, die Terraner sind voll stark und so. Fuck, die kommen wirklich? Ja, Mann. Aber ich hab schon, ich hab Banelinge. Ich hab Banelinge und Banelinge Speed in der Mache. Äh, sollte doch jetzt, ja. Jetzt kommt's. Hi, Leute. Das ist so peter, ne? Ah, wer ist es? Ganz viel, wer ist es? Macht mal auf. Macht mal auf. Ich möchte da reinrollen. Ja. Hier, bitte. Ja, danke. Eure Einheiten stehen im Weg, ich komm nicht raus. Und jetzt sterben meine Banelinge alle. Ja, ja. Ich glaub, du hast noch mehr Banelinge. Bin in der Mache. Macht wieder zu, macht wieder zu. Ja, ich kann nichts zu machen. Die haben da alles gekillt. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Ja, ne Widomein. Die haben mir gerade alle meinen Sippfurt gekillt. Das ist nicht gut. Ja, und von mir haben sie mein Bauzeug weggemacht. Also, ne? Fuss zu gucken. Doch, wir haben gerade. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Mann, meine Banelinge kaputt. Was haben die denn ab? So, meine Banelinge können jetzt rollen. Aber ich hab halt nicht so viel. Ja. Einfach pumpen. Einfach pumpen. Wo sind die anderen? Ach, da sind die. Die können jetzt rollen. Ich versuch mal da rein zu rollen. Ja. Dom, zieh die einfach zu meiner Widow ein oder so. Rollen. Rollen. Oh, das hat richtig weh getan. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Alter, die killen hier einen Nexus. Das ist nicht gut. Ach, die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Yo, wir kommen. Ich krieg's halt... Ja, Rita kriegt den Schuss nochmal neu. Ich hab jetzt halt genug Banelinge, um die umzurollen. Nein, diese Mapflicks. Da umzu kommen noch mehr. Ich hab fast alle weggerollt. Ich hab auch noch mehr Banelinge. Banelinge. Ja, aber jetzt haben wir sie erstmal abgeräumt. Ich komm nämlich die ganze Zeit, aber das ist zu wenig. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Braucht mehr Gas. Banelinge sind scheiße teuer. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ritter, hast du eigentlich noch irgendwas? Ja, wir haben von den Oralien. Und von Sonder. Wir haben so viel, ne? Die Punkte, auch wie blöd. Yoshi ist richtig, du dich zu. Ja, natürlich vom Nivi blöd. Ich hab halt nur Bane bedroht. Ach, was mach ich denn da gerade? Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Basis unserer Verbündeten jetzt. Oh Gott. Ich hab zwar genug, um da theoretisch reinzurollen, aber ob ich damit so viel Schaden mache, ist jetzt die Frage. Ich glaub, wir können eigentlich aufgehen, oder? Das ist ja hart. Eigentlich ja schon. Also prinzipiell haben wir voll verkackt. Wir haben keine Ressourcen mehr, weil unsere Base total im Arsch ist. Ganz süß. Ja, Brauna. Also ich hab ziemlich viel von denen wegbefall abbekommen. Ja, aber wir brauchen wieder rauskommen. Ja, das Problem ist halt, ich hab die Minerals jetzt nicht mehr. Die machen halt meine Drones kaputt, ne? Wo bist du da denn, Kara? Da. Mein Bane-In-Nest wollen sie haben. Oh scheiße, jetzt morphen sie. Alter Tank, ne? Ganz ehrlich. Ich hasse dich. Ich hasse meinen Tank. Ne, gegen Marauder kann ich halt nix machen, ne? Meine Base ist weg. Unsere Streitkräfte werden angegriffen Shit ey, da haben die uns, ja die haben halt nur gerusht Ja, das gemacht was ich die ganze Zeit gesagt habe Ja, ja, ich wusste es natürlich, ich habe aber auch gerusht Aber nur Zerkling und Banning können sowas nicht aufhalten Ja, gegen Ja, und als Protoss rushen ist ein bisschen Ja, hat der andere auch gemacht Aber muss man halt können, ne Der Zerkawash ist der Zerkawash Hat der doch gemacht, der Protoss Der Protoss hat auch sehr weh getan Yoshi hat aber mehr Upgrades inzwischen Ja, aber der kommt doch nicht gegen die Masse rein Hat einer Gas? Nein Ja Aber nicht so sonderlich viel Okay Ach Nee, das sind zu viele Die sind jetzt nicht so wie der ist, okay, watsch Aber das ist einfach Was soll man denn dagegen machen? Selber rushen? Ja, das ist wirklich das einzige Nein, in dem Sinne, wenn man schon gerusht ist am Ende Dann ist man doch am Ende Ganz vergessen dann Ja, dafür sind wir zu mies Wobei wir haben schon mal gegen Master gespielt Wir konnten das auch nicht abwehren Kommt aber auf den Master an Ich denke mal, man kann das schon abwehren Man muss es halt nur sehen Ja Also Mineraltechnisch und Gastechnisch haben die beiden noch sehr viel gehört Wenn du das noch brauchst, aber kannst du damit was machen? Ja Wenn du willst, du kannst mir noch Einheiten steuern geben Ja, ich weiß Dann können wir nochmal das versuchen, was wir schon mal gemacht haben Ja, da bist du Hab's dir gegeben Also rein technisch, von dem Graphen, die ich hier sehe, sieht das recht schlecht aus für euch Ja, in 4 und 4 darfst du halt nichts anderes spielen, ne? Eigentlich nur rushen Darf ich mir ein Medi wegnehmen? Ja Ich nehme mir ein Medi weg Hier ist nur der Terra ganz oben Alter, die kommen schon Die kommen schon Die kommen schon Nee, ich hab's vergessen Du hast mir gerade einmal eine Einheit bekommen Ich hab Nein, nein Alter, sind das viele Ja, ich weiß Unser verbündeten Befindsspiel unterbrochen Du bist hart Ich wollte eigentlich direkt auf aufgeben, aber hab da außer jedenfalls Strock gekickt Ja, war klar, dass die rushen Das ist In 4 und 4 rushen, muss jeder rushen Klar Wir haben's nicht getan, wir wurden dafür gestraft Groß angesagt, aber nichts gemacht Ich hab ja gar nichts gemacht Der Typ, der eine Terra war mein Master League im Team Ich hab versucht mit einem Helion Ich hab richtig der gepumpt sogar Ja Hat aber alles nicht gereicht, ganz einfach Ich guck mal, Gott, guck, werte Armee war ich der Einzige, der von uns oben war Und dann bin ich abgekackt Ja Wobei, ich guck grad nochmal, ist irgendwer Nee, Rita hat auch gepumpt, seh ich Yoshi und Dominik hatten am wenigsten Bei werte Armee Okay Go Mh Ja